DNX8160DABS, so heißt die von Kenwood. Funktionale, eierlegende Wollmilchsau. Kost zwar bissl was, aber kann auch was. Vielleicht ist die Bezeichnung übertrieben. Nein, die ist nicht übertrieben, weil aktuell, ich kenne gar kein Medium, was das Gerät nicht beherbergt. Fangen wir mal an mit einem Display, mit einem glaskapazitiven Display, wo die Bedienung wirklich richtig schön zart funktioniert und wo auch die ganze Hochwertigkeit, also das Gerät schaut unglaublich hochwertig aus allein von dem Glas-Display, weil eben die Farben noch viel deutlicher rauskommen. Wir haben hier noch die Möglichkeit den Bildschirm direkt hier vorne umzuschalten, ob ich jetzt eine Uhr oder eben vielleicht sogar als optischen Gag eben ein Equalizer mit vom Sound her laufen lassen mag oder eben hier meinen Kompass noch mit drin gehabt. Mir wird hier im Front-Display gleich gezeigt das Cover von dem entsprechenden Lied, das ich gerade höre und wir haben hier da unten unsere drei Hauptmedien, die man sich selber wählen kann, welche da unten drin stehen und jetzt können wir umschalten auf unser großes Menü, weil jetzt zeige ich euch mal, was das Gerät wirklich alles drauf hat. Wir fangen einfach mal an, wir haben eine Navigation von Garmin mit dabei, wir haben MirrorLink, wir haben CD, DVD kann man natürlich reinschmeißen, ist hinter diesem Display, welches sich motorisch abfahren lässt und auch in prinzipiell verschiedenen Winkeln einstellen lässt. Wir haben Bluetooth als Telefonie und als Audio-Streaming-Funktion mit drin, wir haben das UKW-Radio natürlich noch, wir können den iPod direkt anschließen, wir haben DAB Plus dabei. Jetzt schalten wir mal um, es geht nämlich hier drüben weiter. Wir haben USB-Anschlüsse und zwar zwei. Ja, die sind auf der Rückseite hier, die kann man legen hin, wo man auch immer möchte. Wir haben einen DSD-Kartenanschluss und zwar hinter dem Display, ich zeige euch das nachher noch mal genauer. Wir können HDMI einspeisen, wir können MHL machen, also ist ja so ähnlich, den Bildschirm hier drauf spiegeln. Wir haben einen AV11, AVIN1 und wir haben AVIN2, also das heißt zwei Quellen, die wir separat einspeisen können für eine Rückfahrkamera, für eine Frontkamera und wir haben natürlich jede Menge geile Soundeinstellungen. Jetzt habe ich mit dem Mund fußlich geredet, was das Gerät alles kann. Also ich finde es nicht untertrieben, wenn ich sage, das ist eine Wollmilchsau und zwar eine eierlegende. Leute, das Gerät ist sogar so geil, man muss es vielleicht sogar auch schützen, wenn man in den tiefsten Gassen der Dunkelheit vielleicht ist. Ich mag euch jetzt mal was zeigen. Also erstens mal gibt es natürlich ein Display-Menü, ich zeige es mal hier in die Kamera rein. Ich kann jetzt sogar das Display negativ anwinkeln. Das heißt, sollte ich einen LKW haben, wo es oben drin ist, bin ich vielleicht Gott froh, dass ich das Ding zu mir runterschauen lassen kann oder eben in die andere Richtung, wenn es zu weit unten ist, auch wieder hochblicken kann. Das Ganze kann man auch dann direkt öffnen, also komplett aufmachen. Das heißt so, von der Seite her sieht man das jetzt, glaube ich, so ganz gut. Und da drin versteckt sich auch unser SD-Kartenschacht und auch die CD. Und jetzt kommt der Gag. Ich kann das ganze Display mitnehmen und da habe ich sogar meine Display-Tasche sogar schon mit dabei, damit die nicht das Mittels schön geschützt bleibt. Natürlich ist auch DAB Plus ein großer Punkt in dem heutigen Zeitalter, wo man digital Radio hört. Also mit einer großen Sendervielfalt, einem geilen dynamischen, störungsfreien Sound, wo dann einfach auch viel Informationsmaterial zusätzlich mitkommt. Also nebenbei läuft dann eigentlich immer bei jetzt hier mal Rock-Antenne drin, dann läuft natürlich auch der Name von dem Interpreten und auch der Titel und sogar das Cover. Und wenn wir jetzt auf den normalen Home-Bildschirm gehen, das finde ich echt sehr lecker. Ich bin jetzt gar nicht in dem DAB-Modus drin, aber ich habe hier direkt das Titelbild von den Go-Go-Dolls oder Goo-Goo-Dolls. Und da habe ich jetzt gar nichts gemacht. Läuft automatisch mit und dafür finde ich halt DAB echt geil. Auch wenn man vielleicht, weil man ja Google Carplay, Apple Carplay auch mit dabei hat, wo man auch Radio hören kann. Aber eben nicht europaweit so ganz problemlos ohne Datenmaterial, was man sich downloaden muss. Aber hier in unserem 8160 DABS, da fehlt sich einfach nichts. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist auch dein Auto gerade noch nicht mit einer DAB-Antenne ausgestattet, sondern nur mit einer UKW-Antenne. Dazu musst du bei dem Gerät dann eine DAB-Plus-Antenne dazukaufen. Findest du auch bei uns im Webshop unter Antennen bzw. DAB-Antennen. Gibt es Scheibenklebeantennen, Aufbauantennen, alles Mögliche. Oder du lässt dich von uns beraten. Okay, okay. Wir reden gleich nochmal von Apple Carplay mit Google Maps als Navigation. Aber wenn man im Ausland ist und man hat keine Datenmaterialien zur Verfügung, keine aktuellen. Wir haben hier im 8160 DABS eine Navigation mit ganz Europa von Garmin bereits installiert. Das heißt, es funktioniert immer. Und da schalten wir uns jetzt mal ganz kurz hin. Wir haben auch hier bereits gleich mal eine Splitscreen-Darstellung. Das heißt, ich kann hier mein Medium, was ich gerade höre, in dem Fall jetzt DAB-Plus oder mein USB-Stick oder mein iPod- oder iPhone-Anschluss, mir hier darstellen lassen. Und meine Navigation läuft hier ab. Und ein einfacher Klick auf die Landkartendarstellung ist sofort dann in Vollbildmodus wieder für mich so erhältlich. Und ich kann natürlich jetzt hier meine Landkarte reinzoomen, rauszoomen oder eben auch hier mich auf der Karte bewegen. Ganz nach Lust und Laune. Wir können bei der EU-Navigation von Garmin für die nächsten drei Jahre ab Erstregistrierungsdatum gibt es kostenloses Karten-Update-Material. Also egal, sobald eine neue Software rauskommt, kann man die sich kostenlos ziehen, die ersten drei Jahre. Und zusätzlich ist hier bei dem 8160 DABS TMC bereits integriert, also damit die Staumeldungen hier stattfinden. Und für die nächsten zwei Jahre ist auch zusätzlich das INRIX-Traffic-Message-Service-Kanal und so weiter buchbar. Und das ist halt noch genauer, aber wir kommen ja jetzt dann auch gleich nochmal auf Apple CarPlay mit Google Maps. Da kann man natürlich auch die ganzen aktuellen Verkehrsbehinderungen und Staus und so weiter extrem schnell einsehen. Also wir haben auch alle Möglichkeiten in der Navigation hier. Und wenn mir das Ganze mit dem Splitscreen ganz gut gefällt, dann kann ich eben hier weiterschalten und sagen, so, welche Ansicht möchte ich denn jetzt haben? Bluetooth ist beim Kenwood wirklich einfach und simpel geworden, auch zum Koppeln. Ja, dazu müssen wir jetzt einfach mal im iPhone, ach scheiß, da muss man ja immer erst jetzt beim iOS 10 so ein Krampf, aber meinen PIN-Code natürlich eingeben. Und jetzt können wir in unsere Einstellungen reingehen. Bei den Bluetooth-Einstellungen suchen wir uns jetzt einfach das Gerät her, den DNX 8160. Müssen wir da unten reingehen. DNX, so, jetzt warten wir halt mal, bis der kommt, oder? DNX 8160 DABS. Jetzt probiert der sich mit dem da dran jetzt zum Koppeln. So, und jetzt wird mir hier schon aufgefordert, möchtest du dieses Gerät hinzufügen, OK. Und dann verkoppeln die zwei sich gleich. Also ich muss jetzt weder einen PIN noch sonst was eingeben, das ist jetzt schon alles erledigt. Ich sage hier Koppeln. Und das habe ich jetzt auf beiden Geräten gemacht. Freisprechen 1, oder? Freisprechen 1, auswählen. Für das erste Telefon. Weil nämlich jetzt die neue Serie von Kenwood, die haben alle, wenn Bluetooth drin ist, das Koppeln von zwei Telefonen gleichzeitig möglich. Das heißt, mein Geschäftshandy und mein Privathandy kann ich im Auto gleichzeitig gekoppelt lassen. Wenn da ein Ruf reinkommt, funktioniert die Freisprecher. Und wenn auf dem anderen Telefon ein Ruf reinkommt, dann funktioniert das ganz genauso. Beides gleichzeitig natürlich nicht. Aber immerhin funktioniert das echt cool. Möchten Sie eine Verbindung zu A2DB zulassen? Ja, das ist nämlich unser unser Musik-Streaming, was wir jetzt auch schnurlos machen können. Unseren ganzen Massenspeicher vom Handy. Unsere Musik schnurlos aufs Handy, aufs Multimedia-Gerät übertragen. Und jetzt hat er mich gerade nochmal gefragt, ob ich mein Telefonbuch auch gleich darüber übertragen möchte. Also alles läuft hier wie am Schnürchen durch. Jetzt zieht er hier mal kurz auf 100% hoch und dann machen wir dann auch gleich weiter. So, dann können wir jetzt direkt auf Bluetooth einschalten. Das ist dann hier dieser Button. Und da habe ich jetzt zum Beispiel meine Bluetooth-Musik hier drinne. Das können wir jetzt auch gleich hier verfolgen. Jetzt sind wir halt hier. Wo bin ich denn jetzt gerade? Meine Musik? Meine Musik? Entdecken, Radio suchen, Mediathek. So, und hier habe ich zum Beispiel jetzt meine Songs. Kann die hier direkt abrufen oder auch von hier eben entsprechend bedienen ohne Kabel. Und wenn ich jetzt telefonieren möchte, dann habe ich da unten meinen Telefonhörer. Den kann ich betätigen. Und jetzt bin ich im Telefonmodus drinne und kann jetzt natürlich auch direkt wegwählen oder eben aus meinem Telefonbuch entsprechend was aussuchen. Ich kann natürlich auch mit meinem Alphabet entsprechend vorgehen und sagen, okay, alles, geh. Und da können wir dann mal irgendeinen auswählen und dann entsprechend wegrufen. Wir haben im Lieferumfang ein externes Mikrofon gleich mit dabei, damit wir hier wirklich mit einer optimalen Sprachqualität arbeiten, weil auch hier wollen wir nicht, dass an Qualität gespart wird. Wir haben alles dabei. Die GPS-Antenne für die Navigation liegt natürlich auch im Lieferumfang mit dabei und ist auch zugleich, wenn ich in dem Apple CarPlay Betrieb bin, auch eine Erortung für das GPS-Signal für Apple CarPlay. Also es hat sozusagen jetzt gleich zweimal eine Funktion. Also liegt auf jeden Fall im Lieferumfang mit dabei. Solltet ihr natürlich ordentlich installieren, dass eben oberhalb dieser Installation kein Blech mehr kommt. Alles andere ist gut. Bei metallverglasten Scheiben, äh, metallbedampften Scheiben, äh, metallverglast, was ist denn das? Also bei metallbedampften Scheiben sollte man auch schauen, wo man dann die Antenne außerhalb des Fahrzeugs mit installiert, aber das nur am Rande. Auch an abspielbaren Formaten lässt sich der Kenwood nicht lumpen. Wir machen MPEG 1, 2 und 4, wir machen AAC, wir machen WMA, WMV, wir machen, äh, das MP3-Format natürlich, wir machen, äh, WMV haben wir schon, ähm, dann haben wir noch für alle High-Ender unter euch. Ihr checkt natürlich auch das FLAC-Format und kann auch JPEGs natürlich darstellen, sogar als Slideshow. Dieses Multimedia-Radio von Kenwood kann sich natürlich auch wie ein kleines Chameleon im Fahrzeug optimal anpassen, damit man es kaum erkennt, dass es was Neues hat. Äh, und zwar, wir können die Farbumschaltung an der Tastatur entsprechend einstellen auf die Farbe, äh, die im Fahrzeug bereits vorhanden ist. Ich kann natürlich auch den, äh, Bildschirm selber mir von anderen Hintergrundbildschirmen darstellen lassen, was alles sehr schick ausschaut. Also, hey, wenn das Gerät nicht im Auto geil ausschaut, dann weiß ich aber auch noch mal, welches sonst. Was mich echt begeistert, was jetzt mittlerweile wirklich funktioniert, wie bei so einem iPhone oder bei einem Android-Gerät. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt, äh, den Audio-Button, damit ich meine Sound-Einstellung schnell bekomme, den klicke ich an, länger, wie du es eben von den Geräten kennst, und leg den hier an der Stelle ab. Dann schaut es auch noch ganz cool aus, mache ich mein Menü wieder runter und jetzt habe ich das Ding direkt da vorne drin. Also einfacher geht die Bedienung auch wirklich nicht. Das bereits integrierte Verstärkerteil mit 4x50 Watt maximaler Musikausgangsleistung, das kann natürlich dafür hergenommen werden, um die ganz normale, Standard-Soundanlage einfach mit dem Sound hier raus zu betreiben. Wir haben aber auch drei paar Cinch-Ausgänge, wo man dann externe Endstufen anschließen kann, um eine richtig coole Soundanlage aufzubauen. und die sind sogar bei dem Gerät mit 5 Volt Power belegt, sodass also wirklich die maximale Dynamik und der beste Sound zu erwarten ist. Wir haben eingebaut einen 13-Band-Grafik-Aqualizer, sodass ich wirklich mein ganzes Frequenzspektrum, was ich im Fahrzeug habe, für mich abstimmen kann, was klingt für mich am besten oder eben auch auf die Fahrzeugakustik entsprechend Einfluss nehmen kann und sagen kann, das, was in einem Golf die Frequenzen wegnimmt, lege ich wieder dazu, klingt total geil zum Schluss wieder. Wir haben aktive Frequenzweichen eingebaut. Das heißt, ich kann jetzt mein Frontsystem oder meine Hecklautsprecher, die ja vielleicht relativ klein sind, den Bass entsprechend wegfiltern, damit die optimal laufen oder eben auch für den Subwoofer den Tiefpass einschalten, damit der eben auch in dem Bereich optimal lauft, für den, den er eigentlich vorgesehen ist. Was haben wir noch drin in die Laufzeitkorrektur? Laufzeitkorrektur wird immer oft schnell so, äh, keine Ahnung, was soll das sein, ist völlig unwichtig. Also für alle, die etwas besseren Sound haben möchten, die dürfen sich gern mit dem Thema beschäftigen, weil hier kann ich einstellen, wie weit ist der vordere linke Lautsprecher zu meinem vorderen rechten Lautsprecher denn entfernt? Ist in der Regel bei uns so, dass als europäischer Fahrer, ich als Fahrer auf der linken Seite sitze, also der linke Lautsprecher näher an mir dran ist als der rechte. Und das kann ich damit kompensieren. Wie wirkt sich das klanglich aus? Ich kann den ganzen Sound, der mir normalerweise eher gefühlt links an der A-Säule klebt, nicht mit Lautstärke, sondern mit Laufzeitkorrektur aufs Armaturenbrett ziehen und auf einmal habe ich die ganze Bühne von Michael Jackson oder Dire Straits mitten auf dem Armaturenbrett. Und das mache ich mit Laufzeitkorrektur und das hört sich zum Schluss alles an wie aus einem Guss. In den Soundeinstellungen findet man auch einen Punkt, der heißt Dual Zone, also zwei Zonen. Was sagt uns das aus? Das Gerät kann ja alle möglichen Medien, jetzt könnte ich als Fahrer sagen, ich möchte meine Navigation betreiben, ich möchte meinen DAB-Sender hören und für meine Kids auf dem Rücksitz habe ich zwei Bildschirme installiert, wo ich zum Beispiel die DVD nutzen kann und da ein Bild und ein Ton auf die hinteren Lautsprecher, auf den hinteren Monitor und mit Infrarotkopfhörer separat auszugeben, kann also zwei Zonen damit verwenden. Wie bereits besprochen, haben wir zwei USB-Eingänge am 8160, DABS, beide sind auf der Rückseite vom Autoradio zum Finden mit einem entsprechenden langen Kabel, sodass man es dahin legen kann, wo man mag. Ein Anschluss ist eigentlich speziell für den Anschluss von einem iPod oder eben dann eben für das Apple CarPlay, iPhone oder der andere Anschluss rein für USB und da haben wir jetzt unseren USB-Anschluss oder unser USB-Menü, wo dann jetzt eben auch hier der Titel und so weiter alles angezeigt wird und ich mit der Lupen-Taste entsprechend auch meine Ordner anwählen kann und hier mir was auswählen kann, was ich denn hören mag. Check! So, so schaut es aus mit USB. Und wenn wir schon bei USB-Anschlüsse sind, jetzt kommt endlich der geile Punkt Apple CarPlay, ja, oder auch eben Android Auto. Wir führen euch heute jetzt mal vor, wie man Apple CarPlay, wie schaut denn das eigentlich aus? Das Android Auto schaut eigentlich genauso aus, das gleiche in mehr blau, keine Ahnung, also es ist also wirklich von der Funktion her sehr gleich, deswegen machen wir jetzt nur an meinem iPhone ein bisschen rum. Das einzige, was wir dazu brauchen, ist das ganz normale Lightning-Kabel. Bei Android natürlich die entsprechenden passenden USB-Anschlusskabel dazu. Wir stecken das ganze Ding an und dann schaltet eben unser 8160 direkt auf Apple CarPlay um. Und jetzt können wir auch rein theoretisch direkt los telefonieren. Ich möchte telefonieren. Mit wem möchtest du sprechen? ARS24. Meinst du ARS24? Ja. Anrufen. Also auch wenn ARS als ARS ausgesprochen wird, aber so einfach funktioniert das beim Apple CarPlay. Das war schon telefonieren. Wir können hier noch umschalten, zum Beispiel auf die Kontakte und jetzt kann ich mir hier auch meine Kontakte komplett gleich abrufen oder eben wiederum nach Postleitzahl oder Postleitzahl, Quatsch, nach Vorname und dem ersten Buchstaben gleich auswählen oder eben nach der Anrufliste oder ich kann hier nach Ziffernblock wegwählen. Mit der Taste da unten kommen wir dann immer wieder in das Menü vom Apple CarPlay mit rein und können jetzt natürlich auch Musik entsprechend so wiedergeben und zwar sehr komfortabel, weil die Bedienung unglaublich schön geworden ist. Ich kann jetzt hier bei Zurück kann ich natürlich hier meine Mediathek aufrufen, meine Alben und so weiter, kann mir das raussuchen, was ich mag oder eben auch zum Beispiel Radio hören und da kann ich mir jetzt verschiedene Sender über mein Handy bereits vorkonfigurieren bei iTunes, bei uns jetzt zum Beispiel Rock Antenne oder eben auch was haben wir noch drin, SWR 1 oder sowas haben wir noch mit reingemacht oder ich kann einfach die entsprechenden Sender von iTunes anwählen in dem ich hier auf alle Sender gehe und dann kann ich mir nach Genre raussuchen, was ich eben dann hören mag, Dance mag ich hören und hier habe ich auch meinen Dance-Kanal und schon läuft das Ding los und bringt mir einen Song nach dem anderen und das ist doch einfach mal cool, was eben Apple CarPlay mit ins Auto bringt, da habe ich dann sozusagen Internetradio. Mit der Navigation geht es gleich weiter, wir haben die Google Maps als Funktion hier mit drauf, hier kann ich direkt ein Ziel eingeben, ich kann mich hier wie bei meiner normalen bekannten Landkarte entsprechend bewegen, hier werden mir dann auch die ganzen Staus, ob schwach oder zögerhaft oder sowas eingegeben und gekennzeichnet, wie man es bei Google Maps eben kennt. Damit kann ich meine Route berechnen und habe hier alles mit drauf, auch die Stimmenausgabe und der Wechselmodus zwischen Musik hören und zwischen Navigationsansage läuft natürlich problemlos in dem Gerät und das war es eigentlich auch schon zu Google Maps oder Navigation über Google CarPlay und bei den Nachrichten, also was jetzt speziell, wie nennt man das, SMS, die SMS, die alte, bekannte SMS, die können wir momentan auch mit abhandeln, allerdings dann nur mit der Sprachsteuerung, die ist ein bisschen zäh, würde ich sagen, aber das ist halt jetzt Apple-abhängig und, aber es ist cool, ich kann die Nachricht reinsprechen, ich kann sie versenden und ich kann auch, wenn ich eine Nachricht bekomme, sie mir vorlesen lassen und wieder gleich drauf antworten. Also es läuft von dem her cool, aber wenn ich was reinspreche, dann dauert es ziemlich lang, bis das dann in Wort umgewandelt wird, damit es gesendet werden kann. Das ist ja gleich ein Wermutstropfen. WhatsApp fehlt leider noch, liebe Apple-Leute, da könnt ihr noch ein bisschen dran arbeiten und leider auch Facebook-Nachrichten, finde ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so uninteressant, dass das vielleicht hier auch mit drin sein sollte. Wir können über den Kenwood-Button jetzt die Oberfläche wechseln und zwar ganz easy, wieder dahin, wo wir eben gerade eben waren, wo die ursprüngliche Navigation, mein USB-Stick und so weiter bedienbar ist und jetzt wird auch hier in meinem erweiterten Menü, da war es schon, mein Apple CarPlay, wo ich jetzt wiederum in dieses Menü einsteigen kann. Ich kann mir noch Podcasts abrufen über mein iPhone, Hörbücher oder eben auch Spotify, das finde ich auch mittlerweile ganz cool, selbst wenn man nur registriert ist und keine monatlichen Gebühren auf sich zukommen lassen möchte, zumindest aktuell, irgendwann wird es vielleicht schon was kosten, aber da kann ich schon ganz viel Funktionen und Lieder anhören, die mir einfach nichts kosten und das kann ich mit Spotify machen und kann eben hier schon über den Browser mir die Top-Listen oder was weiß ich was anzeigen lassen und sofort loshören. Ich brauche nur Spotify als App runterladen, mich einmal registrieren und dann kann ich mir immer noch überlegen, möchte ich ein Paket kaufen, wo ich halt dann auch Songs runterladen kann und andere Sachen machen kann. Aber das bringt mir jetzt alles Apple CarPlay hier direkt ins Auto. Darum heißt es ja auch CarPlay und ja, gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zum sagen. Das war es, Apple CarPlay. Nach der Zusammenfassung, die jetzt gleich folgt, haben wir für alle, die jetzt sagen, boah, das Gerät ist so geil, ich interessiere mich total dafür, werde es wahrscheinlich auch gleich morgen einbauen. Zeige ich euch jetzt gleich, was ihr als Anschlüsse an dem Radio findet und für was sie da sind. Das machen wir am Anschluss des Videos. Jetzt haben wir bereits im Video wirklich alles schon zu dem Gerät gesagt und ich glaube, meine Begeisterung für das Gerät kann man auch ein bisschen spüren. Ich möchte für alle, die sich jetzt sagen, ja eigentlich, das Gerät gefällt mir, aber passt das überhaupt in mein Auto rein und was brauche ich dazu, um das Gerät in meinem Auto optimal zu installieren ist. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, Geräte in die Fahrzeuge einzubauen. Ihr dürft Radioblenden aussuchen, die für euer Auto gemacht sind, für Doppel-Din-Geräte, wo man sogar in der Tiefe verstellt einbauen kann, damit es wirklich plan ist und perfekt harmonisch in das Fahrzeug zu integrieren ist. Wir haben entsprechende Antennenadapter für fast alle Fahrzeuge, die es gibt, dass wir auch die UKW-Antenne problemlos anstecken können, weil die Adapter vielleicht nicht passen. Wir haben die Adapter und damit die Lenkrad-Fernbedienung, also wenn du Tasten auf dem Lenkrad für laut und leise vor und zurück und so weiter drauf hast, gibt es entsprechende Interfaces, die wir auch haben, wo dann eben hier anschließbar sind, dass auch das wieder total gut funktioniert wie vorher und wenn dein Fahrzeug kann Bus hat, ist jetzt auch nichts mehr ungängiges, auch wir haben alle Adapter für sowas. Ihr müsst uns vielleicht nur kontaktieren, wenn ihr es selber nicht bei uns im Webshop findet oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info-at-ars24.com Tja, und jetzt gibt es noch für alle VW, Seat und Skoda-Fahrer, wo jetzt diese typische VW-Plattform-Radios drin haben. Das gilt eigentlich für Beetle, das gilt für Golf 5, Golf 6, Scirocco, T5, T6, für eben Teile von Seat und Skoda. Da machen wir extra neue Liste mit dazu. Für die haben wir ein besonderes Leckerle, weil wir haben jetzt genau für diese Fahrzeuge, die können nämlich eine extra Darstellung im Original, VW oder was auch immer Radio, zeigen die an, die Sitzheizung, die zeigen an, die Klimaanlage, die zeigen an, die Strichle von der Rückfahrkamera und all das können wir mit einem speziellen Adapter von Kenwood alles auch wieder über dieses Gerät rein spiegeln hier, damit also auch wirklich alles wieder so funktioniert, wie vorher. Angemerkt, wenn auch vorher sowas nicht funktioniert hat, ist auch das danach nicht drinne. Also für alle Klugscheißer, es gibt immer die Anweisung, dass alles das, was vorher funktioniert hat, auch wieder funktioniert. Ja, und wenn ihr auch Darfragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich anrufen auf der 08331 08339 0300 und es wird jetzt eben dieses Paket oder dieses Gerät einzeln geben mit dem üblichen beschriebenen Zubehör und einmal dieses VW-Coda-Seat-Paket, wo wir dieses Interface gleich mit reinmachen, damit das alles herzhaft funktioniert und auch gleich den entsprechenden Antennenadapter. Das einzige, was ihr dann noch auswählen müsst, ist die passende Radioblende für den Fahrzeugtyp, den ihr habt. Wie gesagt, wenn irgendwas unklar ist, uns anrufen, uns kontaktieren, wir sind immer für euch da. Juhu, los geht's mit Kabel. Tolles Thema, ne? Also, fangen wir an. Wir haben hier mal grundsätzlich unseren Hauptanschlussstecker auf ISO drauf. Hier finden wir unsere ganzen 4x50 Watt Grundausgangsleistung. Wir haben hier einen Dauerplus, wir haben einen Zündungsplus, wir haben eine Masse. Wir haben ein blau-weißes Kabel. Das ist mal ganz wichtig. Ein blau-weiß für alle Farbenblinden unter euch. Es ist nicht blau-gelb, weil blau-gelb ist ein anderes Kabel. Komme ich gleich nochmal drauf. Blau-weiß ist unser Remote-Ausgang für eine elektrische Antenne, für einen Phantom-Speiseadapter für die Antenne oder für das An- und Ausschalten von Endstufen, die zusätzlich installiert werden. Jetzt kommen wir zum blau-gelben Kabel. Da steht auch Remote-Cont drauf. Man kann das durchaus verwechseln, weil beides irgendwie remote ist. Dieses gelb-blaue Kabel oder hellblau-gelbe Kabel, das braucht ihr dann, wenn ihr eine Lenkradvermiedung habt und ein Lenkrad-Interface anschließt. Das wird nämlich genau jetzt mit dem verbunden, damit die Lenkradtasten hier auf das Gerät wirken. Dann haben wir noch einen Mute-Anschluss. Das Kabel ist jetzt auch für Farbenblinde schon wieder besser zu erkennen. Das ist nämlich braun. Das ist für eine Stummschaltung. Wenn hier Masse anliegt, dann ist Ton einfach still. Früher hat man das gebraucht, eher bei Freisprechanlagen. Ich weiß gar nicht, warum es eigentlich nur dran ist. Wir brauchen es gar nicht mehr. Bluetooth ist ja schließlich integriert. Wir haben dieses grüne Kabel. Das grüne Kabel ist normalerweise an Handbremsen anzuschließen. Was macht es? Das gibt es bildfrei, nur im Stand. Naja, okay. Wir haben es jetzt hier direkt auf Masse draufgelegt, weil wir in der Vorführung natürlich auch permanent das Signal oder das Gerät komplett bedienen möchten. Einfach auf Masse legen, damit ist das Gerät für immer frei. Klimper, Klimper, Standchen, Ausrufezeichen. Wir haben noch ein lila-gelbes Kabel. Das lila-gelbe Kabel ist dann wichtig, wenn ich eine Rückfahrkamera anschließe, damit eben mein Multimedia-Gerät weiß, sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, muss ja das Bild schalten von meiner normalen Darstellung auf die Rückfahrkamera und eben, wenn der Rückwärtsgang ausgelegt wird, wieder zurückschalten. Das mache ich mit dem Kabel hier. Dann haben wir, ja gut, wenn wir schon bei der Rückfahrkamera sind, wir haben hier drüben drei gelbe Cinch-Eingänge beziehungsweise einen Ausgang. Wir haben Rear-View-Kamera, also Rückfahrkamera. Wir haben eine Frontkamera und wir haben noch ein Video-Out. Für was war das? Dual-Sound. Schon wieder vergessen, wa? Das ist, wenn ich das Signal von meinem DVD-Player zum Beispiel in die anderen TFT-Monitore speisen möchte. Und jetzt haben wir noch einen Aux-In, also Bild und Ton als Eingang von irgendwelchen Quellen, woher ich auch mag. Dann haben wir zweimal USB-Anschluss. Hier mit dieser Verlängerung haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben den Anschluss für das GPS, für die GPS-Maus. Wir haben den Anschluss für das Mikrofon. Wir haben den Remote-Out. Da könnten wir jetzt zum Beispiel ein Infrarot-Auge dran machen für vielleicht Campingfahrer oder sowas. Großes Auto von Ferne bedienen. Fernbedienung ist übrigens nicht im Lieferumfang dabei. Aber man kann das Gerät fernbedienen. Dazu kann man dann die Fernbedienung dazu kaufen. Was haben wir noch? Wir haben da unten einen Anschluss, einen ganz kleinen. Das ist der DAB-Antennenanschluss. Da dagegen ist der UKW-Antennenanschluss. Und jetzt haben wir unsere drei Chinch-Ausgänge Front, Rear und Subwoofer. Die sind jetzt sogar schon vergoldet bei so einem geilen Gerät. Eben mit 5 Volt Vorverstärker-Ausgänge. Und jetzt haben wir da drüben noch einmal einen iPod oder AV2-In, wo man ein 2, ist das schon in? AV2-2 ein zweites Medium noch mit einspleißen kann. Wird wahrscheinlich auch wirklich fast niemand von euch brauchen. Und ganz da drüben haben wir noch Remote-In. Das wäre jetzt eine andere Form von Lenkrad-Fernbedienungsanschluss. Vergesst den Anschluss. Ihr braucht den nicht. Lenkrad-Fernbedienung schließen, wie hier an diesem rot-grünen Kabel. Nein, verarscht. Ein blau-gelbes Kabel. Schließen wir das an. So, und jetzt haben wir noch einen großen Anschluss hier. Der ist so was von unsinnig. Den baut Kenwood immer noch ein, obwohl es eben keine Zusatzmodule mehr zum Nachrüsten gibt. Stellt euch die Frage einfach nicht mehr. Vergesst diesen Anschluss. Da gibt es nichts dran anzuschließen. Das ist das Gerät mit seinen Kabeln und seinen Funktionen. Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF